Tag Leute! Ihr habt den Preis gewonnen für die beschissenste Sendung, die es gibt. Viel Spaß! Ich will euch kurz einen Witz erzählen, ok? Ja. Weil ihr heute zu tapfer trainiert habt. Der Witz ist aber mit einer Moral. Vier Leoparden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Leoparden. Kriegen von ihrem Vater vier Hausschlüssel. Vater sagt dazu, teilt es. Wie viel seid ihr? Der dümmste von denen sagt vier. Der dritte sagt fünf. Einer sagt fünf. Der fünfte sagt, ich bin allein. Der war drauf. Und der andere sagt was anderes. Der Vater sagt, hey, nervt nicht. Nimmt den Schlüssel und teilt es. Die ja, ok, ja, ok, ja, ok, ja, ok, ja, ok. Die gehen raus. Vater geht arbeiten. Stahlfabrik. Löwe, was? Tiger. Arbeitet sich. Er ist auf. Kommt nach Hause. Die Mutter ist schön am brutzeln. Küche. Alle vier Tiger, fünf Tiger sind nicht da. Schlüssel ist aber in Küche. Die kommen nach Hause. Mann, 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 Mann. Schlüssel ist weg. Vater zählt. Jetzt kommt Witz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warte, ich habe mich verzählt. Es sind vier. Vier Löwen. Ein Schlüssel. Total witzig. Vier. Alle vier. Schlüsselamt hat keiner mehr. Vater hat dir Hausarrest gegeben. Hahaha. Das war ein Dornkopf. Erzählt doch besseren Witz, wenn ihr besseren habt. Tut ihr schön hier. Ich bin der Beste, Beste. Und wenn man dann fragt, hey, will ich Witz erzählen? Alle ruhig. Erzählt doch. Das ist grün und klopft in der Tür. Warum anders? Klopft Salat. Zwei Regenwürmer laufen am Spaghetti-Teller vorbei, sagt der eine Wurm zum anderen. Ih, guck mal, immer dieser Gruppensex. Laufen vier Ziegen am Tellerrand vorbei. Alle vier sagen, uh, Gangbang. Kann ich auch erzählen, weisch? Sitzen zwei Kühe in der Dachrinne und stricken. Auf mal kommt eine Waschmaschine vorbeigeflogen. Sagt die eine Kuh zur anderen. Sachen gibt's? Ist eine Kuh, die wird gerade geschlachtet. Kommt eine andere Kuh rein. Guckt an. Sachen gibt's. Ist auch gut. Ist gut, natürlich. Sehr gut. Ne, natürlich. Das war dein bester Witz heute. Kommt ein Typ rein in den Wald. Kommt ein Gorilla. Kann ich vielleicht noch erzählen? Ach so. Du kleine arrogante Hure. Das war der Witz. Ich habe einen traurigen Witz. Sehr traurig. Sehr, 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 sehr traurig. Sechzig Schimpansen. Homeless. Schwingen von Baum zu Baum. Alle 60. Bauen sich im Baum aus. Baum aus kaputt, weil es regnet. Das war's. Noch nicht. Einer von denen wird bisexuell. Alle feiern. Regen kommt. Keine Partymöglichkeit. Sechzig Schimpansen. Sechzig Schimpansen. Sagen gibt's. Jobs. Ich liebe es. Musik. 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 Vielen Dank.